Ausblick und Einblick zugleich, Views from Abroad, ein europäischer Blick auf die amerikanische Kunst in Frankfurt. Die Porträts von Alex Katz empfangen die Besucher. Sie sind ebenso Leihgaben des Whitney Museum of American Art in New York wie Ben Shins Gemälde The Passion of Sacco and Vansetti. Die Ausstellung konfrontiert dieses Bild mit dem Leseraum von Amaljani, der diesen beiden berühmten Justizopfern gewidmet ist. Das Umfeld ergänzt in diesem Raum Gemälde weiterer zeitgenössischer amerikanischer Künstler. Der amerikanisch-europäische Dialog soll auch in der Gegenüberstellung von Francis Bacon und Willem de Kooning entstehen. Thema Malerei und Figur. Die geometrischen und organischen Bilder von Georgia O'Keeffe stehen in Beziehung zu Mario Merz Igloo. Ein thematisches Motto gibt es auch am Wahlspiel von Frank Stellar und John Chamberlain. Malerische Plastik und plastische Malerei.